Am Sonntagabend ist es teils klar, aber auch teils sehr bewölkt in großen Teilen Österreichs. Der Wind weht schwach und wir haben Werte um die minus 2 Grad bis minus 7 Grad. Das heißt auch in der Innenstadt in Wien wird es frostig. Und am Montag, da kommt am Anfang etwas Sonne und im Laufe des Vormittags aber wechseln sie sich dann ab mit kompakten Wolkenfeldern. Ein bisschen Sonne kommt höchstens nur noch zwischendurch. Der Wind weht und wir haben maximal plus 3 Grad. Spannend ist natürlich, wie das Wetter an Silvester sein wird. Sehr mild ist es am Vormittag und noch einiges an Sonne ist da für Sie dabei. Im Laufe des Tages zieht von Norden her aber ein kompaktes Wolkenband durch. Da und dort kann es auch zu Regen kommen. Es kommt lebhafter Wind bis kräftiger Nordwestwind auf und die Höchstwerte, die liegen um die 9 Grad. Und in der Silvesternacht, es wird klar und auch windig. Wahrscheinlich ziehen erst nach Mitternacht die ersten Wolken wieder durch und wir haben Temperaturen um die 0 Grad.